Botschaft an die positiv denkenden und aufgewachten Menschen Durch die derzeitige Befreiungsaktion der Lichtkräfte für die gesamte Menschheit und darüber hinaus werden heutzutage immer mehr Menschen munter. Die vielen Ungläubigen, Besserwisser, Schlafmützen und Trolle, die uns Lichtarbeiter und Aufklärer bisher immer nur müde belächelt oder gar als Verschwörungstheoretiker bezeichnet haben, werden in den nächsten Tagen jetzt langsam erkennen, auf welch geistigem Niveau sie in der Vergangenheit selbst gestanden haben und was für lächerliche Figuren sie jahrelang gewesen sind, nämlich solche, die das ganze Schwindelsystem hier auf Erden noch viele Jahre länger als nötig durch ihre Ignoranz, ihre Passivität, ihren Egoismus oder ihre Geldgier fleißig weiter mit am Laufenden gehalten haben. Die letzten Tage des finsteren Systems hier auf Erden sind genau heute angebrochen, unterstützt deshalb gedanklich die derzeit noch auf Hochtouren laufende Befreiungsaktion, beteiligt durch keinesfalls eine Massenmeditation der Dunkelkräfte und folgt auch nicht den, sich jetzt so wunderschön überall outenden Deep-State-Agenten, die euch ermuntern zu protestieren oder auf die Straße zu gehen. Zieht euch ab sofort möglichst komplett zurück, denn in genau diesen Tagen finden Militäraktionen von noch nie dagewesener Tragweite gegen die finstersten Mächte auf Erden statt. Diese Aktionen werden die Menschheit von den letzten Resten einer zehntausende Jahre langen Versklarvung für immer befreien. Voraussichtlich ab Mitte April beginnt dann eine ganz schlicht neue Zeit, eine Zeit der Liebe und des Lichts. Was für ein unfassbarer, überwältigender, in der Menschheitsgeschichte so noch nie dagewesener Moment. Wir werden nicht nur Tage oder Wochen, sondern monatelang dieses historische Ereignis feiern. Seid mit dabei und freut euch auf den Beginn des unmittelbar jetzt vor uns stehenden neuen Zeitalters. Lichtvolle Grüße, euer Harald Thiers. Lichtvolle Grüße, euer Harald Thiers. Musik 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 Musik